so reußert sich viel zeit genommen jetzt wird es dann was und es wird richtig war es 3 0 manuel friedrich von wegen ein unentschieden ist noch drin ganze zwei minuten durfte bremen hier von einem möglichen comeback träumen ich glaube mit diesem dritten gegentor wird das hier ganz schwierig manuel friedrich sie